Ein Spion ist eine Person, die für Regierungen oder die Geschäftswelt arbeitet und hauptsächlich mit dem Sammeln von Informationen beschäftigt ist, die normalerweise nicht auf legalem Weg erhalten werden. In der Praxis wird der Name Spion nicht mehr oft von Geheimdiensten oder Unternehmen verwendet werden und man spricht eher von einem Geheimdienstler oder Geheimagenten. In der Geschäftswelt werden Spione in der Regel nur eingesetzt, wenn es um sehr große Interessen geht. Denken Sie zum Beispiel daran, Informationen über eine Ausschreibung zu erhalten, die für ein Unternehmen interessant sind, oder wichtige Forschungsergebnisse zu erhalten. Wie genau ein Spion funktioniert und wie genau der Spion definiert werden sollte, kann pro Spion unterschiedlich sein. Ein Spion kann ein echter Spion im Dienste der Regierung sein, kann aber auch ein Angestellter eines Unternehmens sein, der von einem anderen Unternehmen überredet wird, bestimmte Informationen weiterzugeben. Kurz gesagt, wir können die Arbeit eines Spions am besten als die geheime Sammlung bestimmter Informationen beschreiben, mit dem Ziel, die fraglichen Informationen zu verkaufen oder auf andere Weise davon zu profitieren. Es ist also nicht so, dass nur Regierungen Spione einsetzen können, denn Spione kommen auch innerhalb der Geschäftswelt vor, wenn es um große Interessen geht. Darüber hinaus kann in einigen Fällen ein Reporter, investigativer Journalist oder Detektiv als Spion und oder Infiltreiter angesehen werden. In diesem Fall wird ein Spion oder Eindringling nach bestimmten Informationen suchen, die auf andere Weise nicht erhalten werden können. In der Praxis wird der Name Spion kaum vorkommen. Dies ändert nichts an der Tatsache, dass verschiedene Regierungsbeamte, Angestellte und Fachleute innerhalb der Medien in einigen Fällen als Spione angesehen werden können. Bis zum nächsten Mal.